Hi, ich bin Michael, Trainee im Graduate Specialist Programm bei Bosch Rexroth. Herzlich willkommen zu unserer Serie Move Your Career Forward – Bewerbungstipps und Tricks. Sie wollen sich bei uns bewerben? Dann sind Sie hier genau richtig. Gemeinsam schauen wir uns den Bewerbungsprozess in diesen und in den folgenden Videos an. Wer sind wir und worauf legen wir bei potenziellen Bewerbern Wert? Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie sind nun auf der Suche nach einer Stelle, die zu Ihnen und Ihren Qualifikationen passt. Hierfür brauchen Sie nicht seitenweise Zeitungen zu durchforsten oder sich Informationen bei der Auskunft einzuholen. Besuchen Sie dafür einfach unsere Karriereseite und sehen Sie sich dort im Stellenmarkt um. Um die zu Ihren Präferenzen und Qualifikationen passende Vakanz zu finden, haben Sie dort die Möglichkeit individuell beispielsweise nach Arbeitsort, Einstiegsart oder Tätigkeitsbereich zu filtern. Direkt im Online-Stellenmarkt können Sie sich anschließend auf Ihre Traumstelle bewerben. Wir schätzen jede Bewerbung, die uns erreicht und die damit verbundene Mühe und das Interesse an uns als Unternehmen. Um Ihren Bewerbungsprozess für Sie so gewinnbringend wie möglich zu gestalten, können wir leider in den meisten Fällen keine Initiativbewerbungen annehmen. Ihre Fragen zu einer bestimmten Stelle beantworten wir gerne. Am besten stellen Sie diese jedoch nicht via E-Mail. Sollten Sie Fragen zu der Gestaltung oder den Inhalten einer interessanten Vakanz haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Bei jeder Stellenausschreibung sind hierfür Ansprechpartner hinterlegt, die Ihnen Ihre Fragen gerne telefonisch beantworten. Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass alle im Stellenmarkt ausgeschriebenen Stellen weiterhin zu besetzen sind. Initiativbewerbungen können wir daher für Stellen in ausgeschriebenen Bereichen leider nicht annehmen. Die einzige Ausnahme hierbei ist das Junior-Manager-Trainee-Programm. Nach Klärung aller offenen Fragen zu einer Vakanz steht Ihrer Bewerbung bei uns nun nichts mehr im Weg. Nachdem Sie Ihre Bewerbung über das Online-Bewerbungssystem eingereicht haben, erhalten Sie innerhalb weniger Minuten eine automatisch generierte Eingangsbestätigung. Ab hier beginnt die Prüfung Ihrer Bewerbung. Damit wir diese unseren hohen Standards entsprechend durchführen können, brauchen wir hierzu etwas mehr als ein paar Stunden Zeit. Wir prüfen Ihre Bewerbung und Ihre Qualifikation zeitnah, auch hinsichtlich der benötigten Kompetenzen im suchenden Fachbereich. Geben Sie uns daher etwa zwei bis drei Wochen Zeit, um Ihnen eine erste fundierte Rückmeldung geben zu können. So können wir Ihnen eine begründete Einschätzung Ihrer Bewerbung geben. Den aktuellen Stand Ihrer Bewerbung können Sie während des gesamten Bewerbungsprozess auch im Online-Bewerbungssystem einsehen. Interesse geweckt? Super! Schauen Sie doch auf unserem Stellenmarkt vorbei und finden Sie Ihren Traumjob. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungssystem. When you move, you win, so move with us!